Ein neues Video zum Thema Germany's Next Topmodel 2021. Heute geht es um Folge 3 und ja, um den kleinen Zickenkrieg zwischen Linda, Chanel und Elisa. Und ja, ich habe das Gefühl, es könnte leider in so eine Richtung gehen, die mir nicht gefällt und was sonst noch alles in Folge 3 passiert ist. Das erfahrt ihr jetzt bei mir. Willkommen zurück. Ich freue mich jetzt schon auf ganz viele Daumen nach oben und abonniert auf jeden Fall den Kanal, denn es wird hier super spannende Updates geben. In den nächsten Tagen unter anderem auch ein Interview mit einer Germany's Next Topmodel-Kandidatin, die heute die Show freiwillig verlassen hat. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal so ein bisschen. Ich reiße das Thema hier heute alles so ein bisschen grob an, weil ihr wisst ja, es gibt ja am Sonntag immer den Talk mit Kielan Kerner und da wird immer sehr ausführlich gesprochen. Ihr könnt übrigens auch gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Checkt mal It Girl Agenten ab, denn dort seht ihr zum Beispiel auch die Livestreams, die ich mit euch geführt habe. Die habe ich abgespeichert. Wenn ihr auf mein Profil geht, findet ihr da diesen IGTV-Button und genau, da könnt ihr das nachgucken. Was habe ich mir aufgeschrieben? Also generell muss ich sagen, die Folge fand ich heute so ein bisschen schwächer, was einfach daran liegt, dass sie, wie ich finde, nicht ganz so kompakt gewesen ist, wie vielleicht die Folge zuvor. Also es ist nicht so viel passiert und das, was passiert ist, fand ich jetzt generell vielleicht auch nicht so super spannend. Die Folge fing ja letztendlich damit an, dass es ein Ballett-Training gab und ich habe ja auch im Livestream so ein bisschen nachgefragt bei Leuten, die da schon so ein bisschen Erfahrung gemacht haben. Und dann haben mir die Leute letztendlich bestätigt, dass Ballett schon super schwierig ist und ich finde, man hat da auch echt super viel von den Models abverlangt, weil das ist natürlich eine Sache, wo wirklich Leute Monate für brauchen, um das wirklich so auf die Kette zu kriegen, wenn man das mal so sagen darf. Aber ich finde, jetzt haben sich eigentlich alle überraschend gut angestellt und dieses Ballett-Training war natürlich wichtig für das Shooting danach. Sprechen wir aber erstmal, was zwischendrin passiert ist. Da gab es quasi einen Beef zwischen Linda, Elisa und Chanel, aber der Witz an der Sache ist, dass Elisa gar nicht in der Situation dabei war, sondern es war einfach ein Gespräch unter den Mädels, was natürlich dadurch entsteht, weil zum allerersten Mal bei Germany's Next Topmodel keine Kameramänner mehr quasi im Loft sind, sondern es ist wie Big Brother gemacht. Ja, die werden 24 Stunden gefilmt, kann man jetzt gut finden oder nicht. Für mich wäre es nichts, aber dadurch sieht man natürlich Situationen, die man unter anderen Umständen vielleicht nicht sehen würde, weil die Models teilweise vergessen, dass sie gefilmt werden. Und ihr könnt mir das gerne nochmal erklären. Ich habe zwar aufmerksam zugeschaut, aber ich möchte jetzt auch niemanden den schwarzen Peter zuschieben. Irgendwie gab es eine Diskussion zum Thema Essen und Elisa wurde dann irgendwie auch abwertend Avocado Toast genannt. Also das war in jedem Fall abwertend gemeint. Und Chanel und Linda haben dann eine Seite von sich gezeigt, in Form von der Wortwahl, wie sie sich ausgedrückt haben, wo ich ein bisschen enttäusche, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass es in der nächsten Folge nicht so fortgesetzt wird, weil das hat mir einen kleinen Dämpfer gegeben. Ich muss dazu sagen, ich bin immer von Anfang an großer Fan von Chanel gewesen. Ich bin es auch nach wie vor. Das liegt nicht nur an ihrem Namen, sondern ich finde, dass es auch eine super attraktive Frau ist. Und bei Linda ist es so, die hat man ja heute das allererste Mal so ein bisschen intensiver gesehen. Die fand ich auch immer mega. Also gerade auch in der letzten Folge fand ich die in dem Outfit von Marina Hörmannseder mega gut. Aber da sind natürlich so Facetten ans Tageslicht gekommen, wo ich mir so dachte, so wow, okay, Mädels, es ist nicht schlimm, wenn man mal in der Gruppe so spricht und vielleicht immer ein bisschen genervt ist und man dann vielleicht auch mal irgendwie Sachen sagt, die vielleicht nicht so cool sind. Es waren einige Sachen dabei, aber ich hoffe, wie gesagt, dass sich das nicht so fortsetzt, weil das macht natürlich einen Menschen so ein bisschen unattraktiv. Wir haben ja auch letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Liliana Sachen gesagt hat, zum Beispiel mit diesem Thema Beine brechen, wo ich gesagt habe, so wow, das ist ein absolutes No-Go. Das war jetzt hier noch relativ harmlos. Also eigentlich traurig, wenn ich sage, relativ harmlos, aber ich hoffe, dass es so einfach nicht fortgesetzt wird. Ihr könnt mir den Streit doch mal gerne erklären. Da ging es irgendwie darum, dass jemand was gegessen hat, was er nicht hätte essen sollen. Und da muss ja aber irgendwie noch mehr vorgefallen sein, würde ich sagen, weil irgendwie ist da ja eine ganz große Antipathie da, die man jetzt natürlich nicht dadurch begründen kann, dass jemand irgendwie was gegessen hat, was er nicht hätte essen sollen. Keine Ahnung. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau. Danach ging es zum Shooting und das Shooting war dieses Ballerina-Shooting. Und da ging es darum, letztendlich, dass zwei immer gegeneinander angetreten sind und das war quasi ein Duell. Und die Stärkere in der Runde ist dann direkt weitergekommen und musste nicht zur Elimination. Da habe ich mir so gedacht, so ja, auf der einen Seite ist es natürlich gut für diejenigen, die weiter sind, aber es hat weniger Screentime, was aber letztendlich widerlegt wurde, weil die Models am Ende dann zugucken durften. Bei dem Shooting ist es auch so gewesen, ich habe euch ja gesagt, in dem letzten Trailer war das ja so 11 gegen 11, aber es waren nur noch 23. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass Sarah, die komischerweise eh kaum gezeigt wurde, das war die mit den sehr hellblonden Haaren, die war plötzlich wie vom Erdboden verschwunden, verschluckt, wie auch immer man sagen möchte. Also die ist wohl so, wie ich das mitbekommen habe, freiwillig ausgestiegen. Ich kann auch jetzt schon sagen, deswegen solltet ihr diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren, dass ich am Samstag ein Interview mit ihr dazu führen werde, habe ich natürlich exklusiv für euch geklärt. Und genau, das erklärt, warum die Zahl 11-11 war. Ich muss sagen, ich fand das Shooting, es wurde übrigens bei mir um die Ecke gedreht, aber ich war leider damals nicht da. Hätte vielleicht mal hingehen sollen. Ich finde, das war überraschend gut. Ich muss auch sagen, dass ich die Fotos vom Ergebnis her mochte. Gut, ich meine, es waren dann Schwarz-Weiß-Fotos, ne? Also das war irgendwie, ich meine, wenn du ein Foto retten willst, machst du Schwarz-Weiß. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Fotos schlecht waren, um Gottes Willen, sie war nicht schlecht. Ich mochte sie einfach, obwohl das Ballerina-Thema nicht so mein Lieblingsthema ist. Ja, ich fand die Fotos überraschend gut. Und ihr wisst, dass ich immer sehr kritisch bin, was Fotos betrifft. Was ich ein bisschen anstrengend fand, ist ein bisschen die Art und Weise von Soline. Ich mag sie super gerne und ich liebe auch ihren Ehrgeiz. Mir ist das auf Dauer so ein bisschen zu overdramatic. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen reduziert, weil ich eigentlich diese Charaktereigenschaft, dieses, ich will kämpfen, ich will die Beste sein, ich will mich anstrengen und ich kann jetzt endlich das machen, was ich liebe, gut finde. Aber es ist vielleicht manchmal wirklich einfach so ein bisschen too much. Was ich auch sehr schön fand, war die Geschichte von Alex. Ihr wusstet es ja wahrscheinlich schon, wir hatten das ja mal hier angeschnitten bei YouTube, dass Alex als, wie sagt man, nicht als Junge zur Welt gekommen ist. Bitte helft mir auf die Sprünge. Ich glaube, da gibt es inzwischen einen Fachbegriff, wie man das anders ausdrückt. Mir fällt es aber gerade nicht ein. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich fand das sehr schön, wie sie diese Geschichte den anderen Models nähergebracht hat und auch wie sie einfach das generell auch dem Zuschauer nähergebracht hat, weil das natürlich ein absolutes Vorbild ist, dass sie einfach mit ihrer Geschichte so offen umgeht und auch so selbstbewusst und wahrscheinlich auch einfach vielen anderen Menschen da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, so ein bisschen hilft und auch Hype gibt, indem sie einfach zeigt, es ist okay, wenn man anders ist und es gibt Wege, die man gehen kann, dass sich das Leben so verändert, wie man sich das vorstellt. Ich habe schon im Livestream gesagt, mir war das dann teilweise mit der Musik ein bisschen zu overdramatic, was nicht an ihr lag, weil ihre Geschichte an sich war so stark, dass ich mir dann so teilweise dachte so, okay, diese theatralische Musik braucht man jetzt gar nicht so, aber ja, ich will mich jetzt nicht an Kleinigkeiten aufregen. Dann kam Nikita Thompson zum Training und es ging darum, dass der Entscheidungswalk quasi der schlimmste Albtraum sein sollte. Die mussten quasi so ein bisschen auf dem Laufband laufen, weil sie sollten dann zeigen, dass sie aufwachen, in einem Albtraum gefangen sind und dann davonlaufen und so. Ah, oh mein Gott, und was ist passiert? Und dann ist irgendwann irgendwie alles gut. Das Training war aber ganz gut geschnitten, weil es nicht so lang war. Und ich muss sagen, die Bühne am Ende, ja, die Bühne hat mir mega gut gefallen. Ich fand die Idee wirklich cool. Ich finde, es war wirklich sehr gut umgesetzt. Also da muss ich wirklich sagen, so bühnenmäßig wirklich on fleek. Und ich fand auch diese Idee gut. Ich habe ja heute schon auch im Livestream mit Kilian Kerner hier bei YouTube darüber gesprochen, dass ich das generell sehr gut finde, dass sie sich wirklich immer was Neues einfallen lassen. Das muss man einfach mal sagen. Insofern, Daumen nach oben. Das war als erstes mal ein kurzes und knappes Fazit zu Folge 3. Ich bin jetzt mega gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch die Folge so generell gefallen hat. Was ihr, ja, letztendlich auch zu diesem Streit sagt, der da am Anfang der Folge losgebrochen ist sozusagen. Und dann verabschiede ich mich. Ich freue mich mega auf euer Feedback. Ich würde sagen, wir sehen uns die Tage wieder. Könnt ihr euch darauf verlassen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Und dann verabschiede ich mich.